Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 12. Oktober 2021. Ihr hört Geek Talk Daily 1098. Heute mit den folgenden Themen. ColorOS 12, WatchOS, Google TV und Pixel Pass. Ich starte gleich mit ColorOS. Heute Morgen wurde es, wie angekündigt, für den europäischen Markt gelauncht. Was wurde gezeigt? Die ganzen neuen Funktionen und die Omojis und all die ganzen Geschichten, was man schon vor beim chinesischen Start logischerweise gesehen hat. 30% weniger RAM werden verbraucht, 20% Akku gespart und so weiter und so fort. Wann kommt das Update? Für das FindX Pro 5G, also das grösste, das Top-Modell im Dezember diesen Jahres für den europäischen Bereich. Weitere FindX-Geräte, Renault-Modelle und auch A-Serie-Modelle, zumindest ein paar wenige von den A-Serie-Modellen, die starten in der ersten Hälfte des nächsten Jahres. Die günstigeren Modelle aus der A-Serie und die kleineren Renault-Modelle kommen dann in der zweiten Hälfte des 2022s mit dazu. Ja, da dürfen wir uns noch ein bisschen gedulden, würde ich doch sagen. Gestern, oder besser gesagt vorgestern Namen, kam einiges an Updates raus, zum einen iOS 15.0.2, iPadOS 15.0.2, was man beides unbedingt installieren sollte, nichts Schlimmes, kleine Fixes und so weiter, somit kurzen Backup anlegen und das Update starten. Aber auch die Apple Smartwatch, die Apple Watch, hat ein Update erfahren auf die Version 8.0.1. Auch da, installieren ist dann gesagt, es sind kleinere Geschichten für die Apple Watch der Serie 3 und auch die Einstellungsmöglichkeiten ebenfalls bei der Apple Watch Series 3, also die hauptgenannten Probleme oder Fixes, betreffen das Dreier-Modell. Übrigens, vor allem diejenigen, die bestellen möchten, am Freitag wird die Siebener ja ausgeliefert. Dann hat Google ein bisschen was verkündet und zwar sind Google auf dem Google TV, Chromecast für Google TV oder Google TV auf diversen Geräten wie irgendwelchen smarten TVs etc. und sonstige Streaming-Boxen, die bekommt jetzt endlich Benutzerverwaltung. Sowas wie man von der Apple TV zum Beispiel her kennt. Die Möglichkeit, dass man da reingehen kann und dann seine Serien, seine Filme und seine Vorschläge sieht. Sehr, sehr, sehr praktisch in Familien oder bei Paaren logischerweise, weil somit dann jeder seinen eigenen Geschmack empfohlen bekommt und nicht der Papa hat plötzlich die ganze Zeit irgendwelche, ach wie heiss er, Vincent Weiss Musikzeugs auf dem Stick präsentiert bekommt, den er nicht unbedingt sich anhören möchte oder will, wie auch immer. Und was kommt da noch dazu? Ja, ganz so durchdacht scheint das Ganze nicht zu sein. Wechselt man zum Beispiel auf das elterliche Account, muss man dennoch in Netflix dann wieder das jeweilige Profil auswählen, das zu einem passt. Das wäre ein bisschen schöner, wenn das bei Spotify, Netflix etc. auch gleich einen Einfluss auf das jeweilige Konto hat, womit man dann nicht drei, vier Mal hin und her wechseln muss. Unschön ist, dass das Ganze nicht für alle Geräte ausgeliefert wird. Es scheint so, dass zumindest aktuell Nutzer einer Shield, Nvidia Streamingbox zum Beispiel und auch der ein oder andere Smart-TV-Hersteller nicht mit dem Update ausgeliefert wird. Und das ist dann schon wieder mal dieses, ja, unschöne Gesamterlebnis, würde ich mal behaupten. In der nächsten Woche soll es ja soweit sein. Am 19. Oktober munkelt man, dass die Pixel-Smartphones auf den Markt kommen werden. Wir dürfen gespannt sein, wann Google das Ganze aufruft. Ein Event wird es wahrscheinlich nicht geben, ansonsten hätte es sicherlich schon vor längerem oder zumindest ein paar Wochen Einladungen gegeben. Mir sind zumindest keine davon bekannt. Was aber jetzt Google anscheinend auch am Plan ist, sollen ein sogenannter Pixel-Pass sein, a la, ja, wo haben wir das schon mal gehört? Apple One, genau, das war es doch. Cloud-Speicher, Support, VPN und Streaming-Dienste, alles in einem gebündelt für einen eventuell attraktiven Preis. Wir werden sehen, ob das Ganze kommen wird und vor allem, ob es dann auch für uns in Europa kommen wird. Das ist eben die zweite und die fast wichtigere Frage, würde ich doch sagen. Das war es dann mit den Neuigkeiten zum heutigen Tag. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.